Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Schmiert eure Zahnräder und poliert euer Metall, denn ihr habt wieder eingeschaltet beim Tele-Stammtisch. Und wir reden heute über den neuen Film im Transformers-Universum, Transformers 1. Und damit ich mich nicht alleine in ein Auto transformieren muss, ist ein weiterer Autobot namens Zero an meiner Seite. Herzlich Willkommen. Hallo und wir sind natürlich beide die Nummer 1 des Tele-Stammtischs und darum dürfen wir das heute auch machen. Oh, sehr schön, sehr schön übergeleitet. Ja, wir besprechen heute eben den achten Eintrag in dieses Spielfilm Transformers-Universum seit den Produktionen von Michael Bay damals im Jahr 2007. Und der Film ist, würde ich sagen, auf zwei Arten besonders. Zum einen ist jetzt ein Prequel, das vor den ganzen Ereignissen spielt und zwar auf dem Planeten Cybertron. Und zum anderen ist er ein Animationsfilm. Bevor wir allerdings tiefer einsteigen. Eigentlich wollten wir ja heute einen flotten Dreier aufnehmen, zusammen mit Timo. Der hat es leider heute nicht zeitlich geschafft, aber ich vermute mal, er hätte etwas mehr Transformers-Expertise in unsere Runde gebracht. Wie schaut es denn bei dir aus? Was ist dein Hintergrund zu den Transformers? Wie gut kennst du dich aus und was hast du gesehen? Gott, ich habe viel gesehen. Das heißt aber nicht, dass da Expertise vorhanden ist. Weil gerade die Bay-Filme, da kann man den Kopf ja schön abschalten. Aber auch, ich wurde schon ganz früh damit bekannt gemacht. So als Kind habe ich die Serie natürlich auch immer verfolgt und geguckt. Hatte auch, glaube ich, alle Spielzeuge dazu. Also ich war ein Einzelkind. Also ich hatte jeden Scheiß, muss man so sagen. Und es ist aber nicht viel hängen geblieben, weil ich bin dann doch eher so Ghostbusters, Seaman, Turtles-Typ. Aber ich kann mich noch so ein paar Kleinigkeiten halt erinnern. Ich weiß, wer Optimus Prime ist. Ich weiß, dass Cybertron nicht noch eine andere Figur ist, sondern der Planet. Also ein paar Sachen sind hängen geblieben. Und ich habe auch die ganzen Bay-Filme mir angeguckt. Und es ist halt auch schön, das zu sehen, wie so ein Unfall ein bisschen manchmal. Aber es ist halt Entspannung fürs Gehirn. Ja, da bist du mir auf jeden Fall mindestens sieben Filme voraus. Nee, sechs. Ich habe eigentlich von den Transformers wirklich gar nichts gesehen. Damals als Kind hatte ich, obwohl es ja eigentlich auch meine Zeit sein müsste, habe ich da nicht wirklich was von mitbekommen. Und als der erste Transformers-Film damals in die Kinos kam, mit Shia LaBeouf und Megan Fox von Michael Bane szeniert, da habe ich schon keinen Bock gehabt. Und hat das alles eher als, ja, doch ein wenig leichte Kost abgetan und mir gar nicht erst angeschaut, muss ich sagen. Habe aber den 2018er Bumblebee gesehen, der ja doch einfach eine ganz andere Tonalität anschlägt. Super emotional ist auch und verhältnismäßig und einfach schön gemacht und gut anzuschauen war, fand ich. Und ich glaube, das hat damals dann ja so ein bisschen losgetreten, vielleicht noch mal die Transformers ein bisschen anders zu zeigen und aufzuziehen. Dann kam jetzt irgendwie letztes Jahr Transformers Aufstieg der Bestien, der ja, glaube ich, doch wieder eher ein Griff ins Klo war, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Und jetzt gibt es Transformers One. Wir befinden uns jetzt eben in einer Zeit, wo die Transformers noch nicht auf der Erde gelandet sind. Und erzähl uns doch mal so ein bisschen erst mal, worum geht es jetzt eigentlich in diesem Film? Also, wir sind in einer Zeit mit schwindenden Ressourcen und ganz vielen politischen Spannungen auf Cybertron. Das ist halt der Planet, wie eben schon erwähnt. Dort entdeckt dann Iron Pax, ein Energon-Bergarbeiter. Orion Pax. Orion Pax. Ach, Orion, ja richtig, ich habe es falsch geschrieben. Orion Pax, Geheimnisse über die alte Geschichte des Planeten und das mysteriöse Verschwinden seiner legendären Anführer. Zusammen mit seinem Freund D-16 begibt sich Orion aus seiner Reise, die sie zu schockierenden Enthüllung über die derzeitige Führung führt, einschließlich eines Verrats, der die Zukunft von Cybertron bedroht. Im Laufe ihres Abenteuers verschieben sich Allianzen und lange verborgene Kräfte werden geweckt. Was die Bühne für so einen epischen Konflikt zwischen denen, die natürlich für die Gerechtigkeit kämpfen und den anderen, die einfach nur diese Herrschaft anstreben. Alles schön vorbereitet. Und der Film gipfelt dann in so einem Kampf um die Seele von Cybertron. Der hat natürlich dann weitreichende Folgen. Oder ganz einfach abgekürzt, es ist die Origin-Story der Erzfeindschaft zwischen Optimus Prime und Megatron. Und danke schön, da setzt du schon einen guten Punkt an, denn ich hatte wirklich gar keine Ahnung und wusste nicht mal, dass es, also ich kannte Optimus Prime und da hört das auf. Ich wusste nicht mal, dass es eine Feindschaft gibt zwischen Optimus Prime und Megatron, geschweige denn, wer Megatron überhaupt ist. Und ich fand, der Film hat es da wirklich extrem gut geschafft, mich, der gar keine Ahnung hat von den ganzen Figuren, erst mal abzuholen und zu zeigen, um wen geht's eigentlich, was sind die Charaktere, die wir jetzt in der nächsten Stunde, 1944 geht der Film begleiten werden. Wer hat eine Freundschaft zueinander, wie entwickelt sich diese? Bumblebee taucht ja auch auf und ist eben in diesem Dreier-, Vierer-Gespann noch mit Elite One auch mit drin. Und dadurch, dass der Film dieses alles leisten muss, ist er, finde ich, auch extrem schnell, von einem Pacing her. Was aber für meine Begriffe nicht so schlimm war, weil es zum Beispiel nicht wie ein Into the Spider-Verse war, wo alles ja auch einen so gleichzeitig überfordert visuell, sondern er hat einfach ein sehr schnelles Pacing, wodurch einem niemals langweilig wird. Wie war das für dich? Du kanntest jetzt die Figuren und hast wahrscheinlich eher Zusammenhänge entdecken können usw. War dir das zu schnell? Ist dir das aufgefallen in irgendeiner Art und Weise? Wie fandest du das? Also erst mal war ich am Anfang auch ein bisschen verwirrt, weil anfangs noch gar nicht der Name Optimus Prime und sowas fiel. Da dachte ich also, hä, was geht's denn jetzt hier? Da brauchte ich auch mal so zwei, drei Minuten, wo ich dann gesehen habe, aber vom Look her ähnelt Orion Pax ja Optimus Prime halt. Nur irgendwie so ein bisschen klein, dachte ich die ganze Zeit. Also das wird einem dann schon klar, dass das in so eine Richtung geht. Ja, vielleicht muss man dazu sagen, man lernt jetzt ja die Charaktere kennen in einer Zeit, in der sie noch eben keine Transformers sind, sondern einfache Minenarbeiter. Und denen fehlt dieses Zahnrad, was sie eben benötigen, um sich in Autobots dann verwandeln zu können. Und dadurch, wie du sagtest, erkennt man sie wahrscheinlich nicht direkt. Und das wirkt alles ein bisschen kleiner und vielleicht anders, als man es jetzt so erst mal gewohnt ist. Definitiv. Also gerade auch früher bei der Serie, da kannte ich halt auch nur Optimus Prime. Da gab es diese Vorgeschichte, kam mir in der Serie auch so gar nicht vor. Und ich dachte mir gerade, wenn du mit dem Pacing, was du angesprochen hast, anfangs so, ja, ist ganz nett. Da fand ich es auch noch gar nicht zu schnell. Bei mir ist es eher so, im letzten Drittel zum Ende hin, da finde ich da Tritter viel zu doll aufs Gas und dann geht es so zack, zack, zack. Das kam mir so ein bisschen gehetzt vor. Aber sonst fand ich, mit ein bisschen Vorahnung fand ich das eigentlich ein gutes Pacing. Ich fand auch, die Figuren wurden gut eingeführt, auch schön verteilt, wie du erwähnt hast. Kommt Bumblebee drin vor. Der ist auch, das ist der, das ist super funny, was der macht, alles. Und da sind so Insider-Jokes drin, weil der wird ja von Keegan-Michael Key gesprochen. So auf die Serie, also von ihm zusammen auf seine Comedy-Sachen sind ein paar Jokes mit eingebaut, ein paar Insider. Das ist schon nett gemacht, auch für so Erwachsene dann. Und ey, fand ich schon cool. Also die Story an sich war jetzt nicht komplett was Neues, ist halt eine Origin-Story, aber ist schon nett gewesen. Ja, ich würde auch sagen, die Story ist jetzt nichts Bahnbrechendes, aber ausreichend gut, um den Film zu tragen. Man hat Gegenspieler, man hat Twists und Wendungen und gleichzeitig ist der Freundschaften und Feindschaften, die sich eben bilden und alles entwickelt sich und man ist eigentlich schon, also ich war eigentlich die ganze Zeit wirklich sehr tief drin und du hast ja schon angesprochen, Keegan-Michael Key spricht ja Bumblebee. Die weiteren Original-Synchronsprecher sind dann eben Chris Hamthorff, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson, Steve Buscemi, den ich einfach nur absolut genial fand, Lawrence Fishburne, John Hamm sind so jetzt die bekannten Gesichter, glaube ich. und das hat für mich auch, muss ich sagen, extrem gut funktioniert. Das gibt ja, glaube ich, so ein bisschen eine Kontroverse oder in der deutschen Besetzung gibt es ja wieder ein bisschen eine Kontroverse, weil eben, ich glaube, drei, ja, statt Schauspielern hat man jetzt irgendwie wieder Influencer gecastet, was ja bei Animationsfilmen im Moment öfter mal der Fall ist. Und ja, ich weiß nicht, du hast ihn jetzt, nehme ich mal an, auch in der Originalfassung gesehen dann, ne? Ja, ich habe mir auch im OV geschaut. Überall, wo ich höre, geht es um die Synchronsprecher aus Deutschland. Da sind auch gute Synchronsprecher dabei. So Tommy Morgenstern kennt man ja auch noch. Hier dieser von Spongebob, der Ziesma, der soll auch richtig gut sein. Und Phil Laude ist jetzt auch kein Influencer mehr, der ist ja auch schon Schauspieler, der macht das wohl auch richtig gut. Ich glaube, er ist auch gar nicht gemeint. Nee, irgendwie Dilara hieß die Dame. Ja, Dilara, Rumatra, Chef Strobel. Ja, die drei. Und die sollen wohl auch nicht wieder das Gelbe vom Ei gewesen sein. Und ja, es zieht vielleicht doch Klientel von zwölf oder von zehn bis 18 rein. Aber ich weiß nicht. Hätte man auch richtige Leute nehmen können, dann wären die auch interessiert gewesen vielleicht. Da hätte man nur, das Marketing ist ja das große Problem, meiner Meinung nach, von einem Film. So richtig gibt es keins. Also, also. Ja, da können wir auch gerne direkt einsteigen. Also, zum Thema deutsche Fassung können wir, glaube ich, beide, wie es umgesetzt wurde, wenig zu sagen, weil wir es jetzt eben auf Englisch geschaut haben. Wollte das aber nicht unerwähnt lassen. Und ich glaube, man wäre schon relativ gut berufen, sich auf die einfach fantastische deutsche Synchronensprecher und Sprecherinnen-Landschaft zu beziehen, als, ja, sich vielleicht einen halben Film damit zu verkorksen, wenn man, ja, ein bisschen off-topic castet, sage ich mal. Weil ich habe von dem Film tatsächlich auch erst gehört, in Anführungszeichen, als ich den Trailer gesehen habe. Und ich glaube, der Trailer ist ja, also, zwei Wochen vorher oder so im Kino. Und hatte vorher gar keine Ahnung, dass es überhaupt einen neuen Transformers-Film geben wird. Und weil ich ja auch schon nicht wirklich den Transformers zugeneigt war, habe ich den Trailer am Anfang gesehen und dachte so, hä, was ist das denn? Das sieht mega nice aus. Ich war super gecatcht von dem Trailer und hatte, ja, und hatte richtig Bock. Und dann, also, der Trailer hat mich zum Film geführt. Und jetzt habe ich im Nachgang sehr oft gehört, dass der Trailer sehr abschreckend ist und dass eigentlich sehr viele Leute den Trailer ziemlich schlimm finden. Deine Reaktion zufolge scheint das bei dir auch der Fall zu sein. Ich muss sagen, ich habe auch jetzt nur OV-Trailer gesehen. Und ich habe mir jetzt beide Trailer angeguckt und ich habe schon wieder Bock, den Film zu gucken. Also, bei mir funktioniert der. Ich weiß nicht, bei dir anscheinend nicht. Nee, ich fand die Trailer nicht so geil. Und, also, ich, manchmal sitze ich halt da und suche mir dann schon mal ganzen Trailer durch, die es so auf den einstiegenden Seiten gibt oder direkt bei den Vertrieben oder Studios. Und dann natürlich auch im OV meistens. Und da dachte ich mir so, ach, euer Ernst? Weil von dem Film hatte ich auch irgendwie schon mal vor einem Jahr gehört, dass da jetzt Transformers 1 kommt, animiert. Ich so, das kann ja ganz geil werden. Dann können die ja mal endlich nicht auf der Erde spielen, sondern auf Cybertron. Wäre ja ganz cool. Und dann hat man nur ein paar Sachen vorher gehört, wer dann mitspielt oder die Stimmen halt spricht. Und ich so, ach, ja, warum nicht? Chris Hemsworth, Skeleth Joinsen, die können das bestimmt. Das waren so die Ersten, die ich so gehört habe. Und dann kam der Trailer. Und dann dachte ich mir, ach, euer Scheiß, Ernst? Das ist doch nicht das, was er machen muss. Aber wie gesagt, das ist, wenn du den gesehen hast und sagst, guck den Film, hat der alles gemacht, was er machen sollte? Ja, ich würde aber dennoch nachschieben. Lasst euch wirklich nicht abschrecken von dem Trailer, würde ich sagen. Also mir hat der Film, können wir ja schon mal vorwegnehmen, vielleicht hört man es ja schon, wirklich super gut gefallen. Und wenn man vielleicht jetzt auf den Trailer nicht so anspringt, aber eben doch auf einen Film im Transformers-Universum wartet, den man vielleicht auch schon seit langer Zeit sehen wollte, der einfach ohne Menschen auch spielt, deren Charaktere stark genug sind, also Transformers-Charaktere stark genug sind, um diesen Film zu tragen und auch die Geschichten reichhaltig und so weiter. Und einfach Cybertron an sich als Planet sieht wunderbar aus. Dann würde ich hier nur einmal vorweg schicken, lasst euch vom Trailer nicht abschrecken. Und das Marketing ist da einfach, glaube ich, irgendwie in eine falsche Richtung gelaufen. Aber zeigt ruhig mit eurem Kinoticket, dass ihr sowas sehen wollt, denn dafür habt ihr diese Gelegenheit. Ja, wenn wir schon beim Film jetzt so tief drin sind. Regie geführt hat ja Josh Cooley und der ist ein quasi ausgebildeter Pixar-Mitarbeiter, sage ich mal. Der hat bei Pixar angefangen als Werkstudent oder sowas, glaube ich, oder als Praktikant, das Wort hat mir gefehlt, und hat dort die Storyboards mitgeschrieben für oben, die unglaublichen Ratatouille, hat dann am Drehbuch von Alles steht Kopf mitgeschrieben und 2019 dann Toy Story 4 gemacht und dafür ja einen Oscar bekommen, ein Jahr später. Und auch wenn Toy Story 4 vielleicht einer der schwächeren Einträge im Toy Story-Universum ist, war es, glaube ich, schon ein guter Schachzug, sich hier Josh Cooley ranzuholen und eben jetzt in einem Reboot vielleicht sogar auf eine Trilogie hingehend produzieren zu lassen oder Regie führen zu lassen. Das ist ja der Plan, ne? Also die wollten ja eigentlich drei Filme machen. Wollen hoffentlich immer noch. Ja, die Sache ist, er wird an der Kasse nicht so gut angenommen. Also bei uns startet er jetzt am 10.10. Da können wir noch nicht so viel sagen, wie er da kommt. Aber bis zu dem Datum selber hat er 98 Millionen eingespielt bei 75 Millionen Kosten. Und er läuft schon ein bisschen länger in den USA und überall anders, glaube ich, auch. Das ist jetzt nicht so viel. Nee, also er kackt eigentlich schon wieder ziemlich ab am Box-Office. Schade. Ja, genau. Und ich finde es auch schade, weil ich finde den Film wirklich absolut sehenswert und er macht unfassbar viel Spaß, ist witzig, sieht toll aus. Die Animationen sind von Industrial Light & Magic gemacht, also das Studio damals von George Lucas gegründet für Star Wars. Ich finde den Animationsstil super schön. Er ist sehr farbenfroh, so ein bisschen drüber auch, auch so ein bisschen cleaner Look, was mir eigentlich immer ganz gut gefällt. Und man sieht eben Cybertron in seiner vollen Blüte. Hat der dir auch gefallen? Der Look ist schwierig, weil ich habe ja diesen Look von der Serie von früher so im Kopf. Und das ist natürlich, ja, so was, wenn du es heute rausbringen würdest, kann ja mehr gucken mit dem damaligen Look. Ich musste mich daran ein bisschen gewöhnen. Aber jetzt im Nachhinein, wo ich auch ein paar Bilder später jetzt nochmal gesehen habe, es sieht schon alles verdammt gut aus. Cybersporn wird so vielfältig dargestellt, dass du dir auch wirklich denkst, das ist einfach nicht auf der Erde, das ist ein anderer, fremder Planet. Und auch die Figuren, wie gesagt, ich musste da fünf, sechs Minuten reinkommen, aber jetzt so im Nachhinein sieht das schon verdammt geil aus. Na, guck mal, schön. Das sehe ich auch so, ja. Und ich hatte bei mir in einem, wo wir auch bei Box Office und vielleicht der Film, den alle so ein bisschen eher Transformers-Fans, wenn sie so ein bisschen offen waren, ich hatte bei mir im Saal nicht so viele Leute, ich sage mal vielleicht 20. Es war echt bescheiden. Und es war aber ein absoluter Hardcore-Fan dabei. Und immer, wenn ein neuer Charakter die Bühne betreten hat, ist der halb ausgerastet und hat es einfach mega abgefeiert. Und ich fand das dann mega witzig, weil ich dann so wusste, ah, okay, hier ist offensichtlich irgendwie ein bekannter Charakter wieder aufgetreten, der dann in den zukünftigen Filmen eine größere Rolle spielen wird oder wie auch immer. Ich weiß nicht, woher er jetzt sein Fantum hergezogen hat, ob aus den Filmen oder im Album vorher. Und ich fand das einfach super charmant, so mitzubekommen auch, dass man sich eben so erfreuen kann, wenn man halt so tief in dem Universum drin ist und jetzt so ein bisschen in einer Prequel-Story gezeigt bekommt, wo kommen eigentlich die Figuren her. Was können wir noch sagen? Ich glaube, wir hatten es ja am Anfang angesprochen. Also mir der Film, wie gesagt, sehr gut gefallen. Ich glaube, dir ein bisschen weniger als mir. Und was der Film zeigt oder ein Problem, in Anführungszeichen, was der Film hat, hast du ja schon angesprochen. Es gibt sehr viel zu erzählen, obwohl es ja sogar ausgelegt ist auf eine Trilogie. Und dadurch muss er wirklich extrem schnell voranschreiten. Und du hast ja gerade schon gesagt, gerade im letzten Drittel geht das schon alles sehr schnell. Und was mir da so ein bisschen, wenn ich jetzt was Negatives ankreiden müsste, aufgefallen ist, dann ist es, wie sich jetzt genau eigentlich die Feindschaft zwischen Optimus Prime und Megatron entwickelt. Das ist schon, fand ich, sehr schnell einfach passiert. Es ist nachvollziehbar, es macht irgendwie Sinn. Aber es war schon so ein bisschen von jetzt auf gleich, oder? Das ist auch mein großes Problem mit dem Film eigentlich. Oder wirklich das größte Problem, was ich da habe. Für mich kam das dann so ein bisschen, man merkt schon, okay, eigentlich sind es ja die dicksten Bros überhaupt, geben sich da Bro-Fist ohne Ende und sind richtige Buddies. Und so werden sie uns ja vorgestellt. Und auf einmal, okay, das ist vielleicht ein bisschen Neid mit dem Spiel, aber das merkt man nur nebenbei. Aber irgendwie kommt dann dieser Turn zum Bösen, wo ich mir denke, aber warum jetzt? Also er kann ja trotzdem gegen die eine Sache sein und trotzdem noch mit seinem Bro irgendwie okay sein. Du kannst ja trotzdem anderer Meinung sein. Das ist ja ganz normal. Es war so ein bisschen wie, man ist sich zwar anderer Meinung und deswegen wendet man sich auf einmal so komplett ab. Ja, das fand ich ein bisschen weit hergeholt. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Da noch ein bisschen drumherum vielleicht noch erzählt hätte. Darum ist das jetzt so. Und es geht nicht anders, dass die beiden jetzt gegeneinander da sein müssen. Und wie gesagt, wenn du in der Lord drin bist, das ist halt diese Erzfeindschaft. Und die, finde ich, kann sich aus so einem Ding irgendwie nicht so richtig entwickeln. Aber darum hätte ich ja gern noch zwei Teile. Vielleicht bringen die mir das ja doch näher. Ja, ich kann mir vorstellen, dass da in den weiteren Teilen dann noch was kommt, weil über irgendwas müssen sie da jetzt dann auch noch erzählen. Ich denke mal, Stoff werden sie da genug haben. Und es ist dann ja in der, es gibt eine Endcreditszene, in der wird dann ja, glaube ich, eingeführt, was dann sich entwickelt, so sage ich jetzt mal. Ich hoffe, du hast sie gesehen. Ja, ja. Ja. Und genau, ich glaube, das wären so die meisten Punkte von meiner Seite. Ich habe eigentlich hauptsächlich Positives zu berichten. Hast du noch was, was dir vielleicht nicht so gefallen hat? Ähm, ich hätte, obwohl Chris Hemsworth das richtig gut macht, bin ich jetzt aber doch schon, wenn es Michael Bay-Filme sind, an die Stimme von Peter Cullen gewöhnt. Und der hat halt so eine richtig schön passende Stimme dafür. Und Hemsworth hat irgendwie mit Cullen zusammen irgendwie gearbeitet, um das da hinzukriegen. Er macht das auch gut. Ach, echt? Aber ja, ja, aber es ist halt nicht Peter Cullen. Tut mir halt leid. Und ich hoffe, wenn das jetzt weitergehen sollte irgendwie, und das ist ja jetzt ein junger Optimus Prime, dass der sich dann jetzt vielleicht im nächsten Teil dann irgendwie dann doch mal den Switch macht. Wer für Hemsworth halt doof, hat dann einen Job weniger. Aber es wäre von der Stimme her schon geil, solange Peter Cullen halt unter uns ist, dass er das auf jeden Fall noch machen darf. Und da auch noch mal diese ikonische Stimme mit reinkommt. Das wäre schon irgendwie Hammer. Ja, das ist sicherlich auch noch ein Punkt. Der hat ja auch, wenn ich das richtig gelesen habe, schon seit 84 Optimus Prime gesprochen. Also gar nicht nur in den Michael Bay-Filmen, sondern auch schon vorher in den Serien und so weiter. Was es da alles gab. Das ist sicherlich eine krasse Veränderung, ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie da bei Chris Hemsworth bleiben werden. Ich glaube nicht, dass sie da noch mal switchen. Vor allem wahrscheinlich außer Leute, die sich jetzt mit Transformers ausgehen, hat von den Leuten, die uns jetzt hören, nicht einer hat den Namen Peter Cullen hier im Leben gehört. Was auch nicht schlimm ist, aber wie gesagt, der hat schon eine sehr, sehr markante Stimme für die Rolle halt auch gerade. Aber ansonsten war eigentlich alles, also ich glaube, ich müsste ihn noch mal ein zweites Mal sehen, bin ich ganz ehrlich, weil ich nicht ganz so euphorisiert bin wie du. Und von Timo habe ich übrigens auch nur gehört, dass er den richtig gut fand. Okay, ja. Und ich bin da eher so nur bei gut bis auf jeden Fall sollte man anschauen. Also schlecht ist er nicht. Ja, also wir können ja ins Fazit übergehen. Ich glaube, wir haben sonst im Grunde alles gesagt. Mich hat der Film wirklich einfach mega überrascht. Also zum einen wusste ich nicht, dass es einen geben wird. Zum anderen hatte ich bewusst einfach keine Berührungspunkte mit Transformers außer Bumblebee. Und dafür hat der Film mich wirklich super abgeholt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Hat Witz, Action, hat eine Message, die er mitliefert. Eine Story, die okay ist und gut genug, um so eine Prequel-Story sein zu können. Und ich finde einfach, er sieht absolut fantastisch aus. Und wer mehr davon sehen möchte, der muss einfach ins Kino gehen, damit der Film am Box-Office irgendwie läuft. Und die Trilogie ist noch nicht bestätigt. Und ich glaube, das wird nur passieren, wenn der Film läuft. Und darum kann ich euch nur raten, wenn euch das Thema interessiert, wenn ihr Bock auf schnelle, lustige, interessante Action habt in einem Animation-Transformers-Universum, schaut euch den Film an. Auch wenn es ja im Moment einiges an Animationskonkurrenz tatsächlich gibt im Kino. Das wäre mein Fazit. Und hab keine Angst, wenn ihr keinen Transformers-Film gesehen habt. Ich hab's ja auch geschafft. Was ist dein Fazit? Mein Fazit ist, dass es eigentlich bis zum bestimmten Teil eine richtig schöne Buddy-Story ist, die richtig gut aussieht vom Look und viel. Kommt da schon ein bisschen das alte Gefühl der Zeichentrick-Serie rüber? Aber ich finde es halt zum Ende wirklich, wie schon erwähnt, sehr gehetzt. Dennoch kann ich dir nur anschließen, Leute, geht da ins Kino rein. Wir haben jetzt Herbst, dann kommt auch noch Winter. Draußen ist kalt und regnerisch. Im Kino könnt ihr nicht nur Strom sparen, ihr könnt auch noch einen schönen Film gucken und unterstützen, dass es davon noch zwei weitere gibt. Weil das ist einfach ein richtig, richtig gutes Franchise, wenn die das so weiterführen. Oder wenn ihr nicht geht, kriegt ihr wieder Michael Bay-Filme. Überlegt euch das also gut. Richtig, ihr habt es in der Hand. Genau, dann bedanke ich mich bei dir. Ihr wisst, dass ihr uns überall finden könnt, wo es Likes gibt oder auf unserer Webseite tele-stammtisch.de. Wir haben natürlich auch mittlerweile einen Community Hub auf Discord, auf dem ihr gerne beitreten könnt, mit uns diskutieren könnt. Wir können dort gemeinsam diskutieren, ihr könnt mit uns in Kontakt treten. Wir haben dort schon mittlerweile den ersten Meilenstern erreicht und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und ich überlasse dir das letzte Wort. Ich bedanke mich auch vielmals. Ich mache es heute ganz kurz. Wir sehen uns auf Cybertron wieder. Schau. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.